Wir wollen die Shanti sehen. Wir wollen die Shanti sehen. Ich hab gehört, Shanti ist Single ab morgen, Leute. Oh. Wie hat's geschafft? Ja. Amy? Hallo? Ja, die ist noch nicht recht drin. Du auch. Oh, Shanti. Hallo. Hallo, Shanti. Ach, sie ist es wirklich. Was ist bei dir schief? Na? Was ist los? Hör mal, mal eine bescheidene Frage. Bist du gerade zu Hause? Nein, bin ich nicht. Warum denn? Wo steckst du gerade? Auf jeden Fall nicht da, wo du bist. Wo bist du denn? Ich hänge einen Braunschweig ab. Ach, du Scheiße, Alter. Ja, ach, du Scheiße. Ach, sie bitte. Was hast du jetzt bitte? Was ach, sie bitte? Was ach, sie bitte? Welch wer noch bei mir ist? Wer denn? Basti, seine Schwester und Moni. Ja. Dann kannst du mal liebe Grüße ausrichten. Welche Moni? Moni sitzt, äh, stell ich kümmer von mir. Ja, das ist die S-Mittel. Die RTL, Moni. Sag mal guten Namen, Moni. Hoi. Hoi. Nein, komm doch hier zu einer Seite hin. Ähm, das ist die S-Mittel. Jetzt ist der Kerl weg. Unglaublich. Das ist laut noch wieder. Ich, Shanti, wann bist du wieder zu Hause? Wir warten alle. Ja, scheiße, ne? Shanti, wann bist du noch wieder zu Hause? Wann bin ich zu Hause? Keine Ahnung. Heute noch? Wer kann's einpacken? Yeah. Shanti, man will ja. Du hast das Mikrofon ausgeschaltet, Shanti. Ich mach das mal wieder an. Ich hab mich abgeschäftig nach Frankreich gemacht. Ja, das musste mal wieder sein. Shanti, Mikrofon an. Ja, die brauchen Füße, Freizeit auch. Aber ich bin gleich wieder weg. Ich wollte mich hier nicht lange aufhalten. Ich kann nicht gerne hören, Shanti. Ich sag mal so, Shanti, wenn du reden willst, du weißt, wo du mich findest. Du redest, aber ich hör dich nicht. Mikrofon an. Ich hab keinen Bedarf, Kati, alles gut. Ja, ja. Das wär's ja, wenn du jetzt losfahren würdest live, ne? Ach, Alter, das war doch jetzt echt nicht ihr Ernst, oder? Ich weiß schon, was sie wollte. Ich weiß schon, was sie wollte. Dich eine Runde knüppeln. Du bist doch geisteskrank, Alter. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, bitteschön? Sorry, ich muss lachen. Alter, wenn du jetzt gesagt hättest, du bist zu Hause, ne? Und sie wüsste das, Alter, die hätte dich besprungen. Ich schwör's, die hätte vor deiner Tür gestanden. Viel Spaß, Alter. Alter, ich krieg die Tür nicht mehr zu. Also, ich glaub, diesen heutigen Tag kann keiner mehr toppen. Also, das hat das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht. Wie kann die... Guck mal, wie sie gelogen hat. Was hat sie dann erzählt im Stream? Weißt du, wo ich bin? Junge, die saß mit Sicherheit Splinto da. Was hat sie denn erzählt im Stream? Hat die Polizei nicht verboten, mit mir Kontakt zu haben? Ey, ich glaub, ich bin gespannt. Will aber sich mit mir treffen, wa? Mhm. Aber glaub mir, die ist richtig juckig auf dich, Cem. Wenn du jetzt... Genau.